Im Artikelstamm in WabiProfi3 finden Sie in der Karteikarte Zusätze Querverweise. Was das ist, wie es funktioniert, schauen wir uns an. Hier, ich habe mal das schon vorbereitet, ich habe hier eine Pumpe angelegt, die eine Million Liter in der Minute befördert. Super Pumpe, will wahrscheinlich jede Feuerwehr haben. Okay, nichts großartiges, ich habe einfach gesagt, ich habe eine Pumpe. Dann habe ich hier einfach mal zwei Schläuche angelegt, die eventuell zur Pumpe passen. Jetzt wird es nämlich interessant. Ich gehe zum Hauptartikel und sage bei Zusätze Querverweise. Dort sage ich, dass dieser Schlauch zu dieser Pumpe passt und dieser Schlauch passt zu dieser Pumpe. Einfach per Doppelklick übernehmen oder Doppelklick entfernen oder hier draufstellen hinzufügen und hier draufstellen hinzufügen und dann übernehmen. Nun haben wir zwei Artikel drin, die zu diesem Artikel passen. Warum ist es sinnvoll? Ganz einfach, schauen wir uns jetzt in der Kasse an. Ähm, was war das jetzt? Die Pumpe. Wo haben wir es denn? Da. Die Pumpe wollen wir jetzt verkaufen. Ein Stück mit 99 Euro. Was nun auffällig ist, ist dieser orange Querbalken an der Seite. Wir wissen schon, rot, wenn ein rotes Pünktchen ist, ist es ein Angebot. Wenn es grün ist, ist es eine Warengruppe und so weiter und so fort. Die Querverweise hingegen ermöglichen Ihnen oder Ihren Verkäufer jetzt ein konkretes Anbieten oder eine konkrete Mitgabe oder die richtige Mitgabe eines Zusatzartikels, der passt. Denn es könnte ja sein, dass Sie 20.000 verschiedene Schläuche da haben. Und dann, Sie kennen es, wenn dann der Verkäufer sagt, jetzt muss ich erst mal nachschauen, was passt da dazu. In Wabi Profi 3 können Sie das gleich sauber hinterlegen und das ist richtig cool. Sie verkaufen den Hauptartikel und Sie sehen Querbalken. Ah ja, da gibt es Zubehör dazu. Okay. Jetzt können Sie einfach Q drücken für Querverweise. Okay. Und dann werden Ihnen die dazu passenden Artikel angezeigt und zwar hier der Schlauch mit 5 Meter, 80 Millimeter Durchmesser und so weiter oder der da. Und nun könnt ihr sagen, Kunde, brauchst du das? Brauchst du einen Schlauch dazu? Und dann könnt, dann kann Ihr Mitarbeiter oder Sie ganz, ganz gezielt zu den 20.000 Schläuchen gehen und kann den Schlauch nehmen und dann können Sie den einfach mitverkaufen, indem Sie hier sagen, ich will diesen Schlauch übernehmen. So, und nun haben Sie einen Zusatzartikel passend zum Hauptartikel verkauft und der Kunde ist zufrieden. Das heißt, der kommt nicht nur mal und sagt, hey, du hast mir jetzt den falschen Schlauch mitgegeben und Sie müssen noch mal zu den 50.000 Schläuchen gehen und den richtigen raussuchen. Nein, Sie haben im Vorfeld den richtigen Schlauch mitgegeben, Sie haben sich Arbeit gespart, der Kunde ist zufrieden und sagt, hey, kompetenter Kerl, der Chef da. Ja, und das ist so cool und so easy und da werden Sie mit Sicherheit Spaß daran haben.